Hallo, ich bin Snerjana Kutsch und ich arbeite voll glupfig als Ladeleiterin. Also ich bin seit vier Jahren beim Volk. Ich habe als Aushilfe angefangen, dann bin ich fest eingestellt als Springerin. Nach einem Jahr habe ich mich entschieden, für Artikel 32 zu machen. Das ist Wiederbildung für Erwachsene. Denn inzwischen bin ich als stellvertretend gefordert und jetzt nach dem folgleichen Abschluss bin ich Ladeleiter geworden. Eine neue Folge mit Arbeiter würde ich raten. Zeig deine Leistung, bring Wille und Motivation und lass dich überraschen.